Jo, Leute, es geht. Willkommen zu mal wieder einer neuen Runde von DrawMySing. Hier auf diesem Kanal und... Also Ihnen macht wahrscheinlich keinen Unterschied, aber... Ich habe meinen PC, also meinen kompletten Rechner, mein komplettes Setup. Ich habe jetzt in ein neues Zimmer quasi verlegt, denn ich habe ein neues Zimmer bekommen, ein Jugendzimmer. Und ja, ich spiele jetzt gerade und es ist volles Echo hier im Raum. Es ist noch sehr, sehr leer. Ja, und wir spielen jetzt mal ganz kurz eine Runde. Puh. Ah. Teepuh habe ich geschrieben. Ja. Es ist hier echt laut irgendwie. Ich habe mich fast schon doppelt. Hedge. Balls. Potatoes. Ähm. People. People. Hm. Destrict. Ich habe keine Ahnung, was district heißt. Bei mir ist es einfach so jetzt... Ähm. Eingefallen dieses Wort. Naja. Desert. Desert. Wat? Desert ist doch Sand-Biom, ne? Also, irgendwie Sand. Oder halt eine Nachspeise. Äh. Land. Achso, oben ist ja, ne? Ich vergesse oben immer, dass da Tipps sind. Ich vergesse immer, dass oben Tipps sind. Bathroom. Ich schreibe mir mal irgendwas. Ähm. Ah, was könnte das sein? Irgendwie Wasser. Irgendwas mit Wasser. Ähm. Pipe. Bo... Bottle. Bridge. Ah. Bridge. Was? Hab ich's? What? Ne, oder? Nein. Ich hab's kurz danach geschrieben, nachdem's aufgelöst wurde. Ach, komm. Yes! Sehr, sehr gut gezeichnet. Aber das war grad echt scheiße. Seht ihr da? Hier. Ich schreib's. Also, es wurde aufgelöst und dann schreib ich's noch. Und ich schreib Bright. Ohne G. Ach, ich... Was mach ich für ne Scheiße. Naja, also, ich hab übrigens rausgefunden, weil ich wollte ja schon immer, ähm, endlich mal das hier auf Deutsch spielen. Also, dass ich das mal in Deutsch eingeben kann und nicht immer umdenken muss, wie es auf Englisch heißt. Ähm, aber es hat sich herausgestellt, dass es so ein Spiel nicht auf dem deutschen Server gibt. Und Glasses. Sunglass. Yes! Heute bin ich gut dran. Also, jetzt gerade. Boah, vier Punkte schon. Yeah! Läuft. Ja, ich will jetzt ganz kurz hier die Runde, ne, Drum and Sing aufnehmen und dann schau ich ein bisschen Fernsehen. Heute ist Samstagabend. 20.15 Uhr haben wir jetzt schon. Hm, jo. Jetzt bin ich dran, ne? Ja. Miner, oh Gott. Okay, dann machen wir mal so, ne? So. Okay, ich glaub, das ist gut. Boah, Alter, ist das gut. Mal gleich mal ein Screenshot. Ha, Alter, ist das gut oder ist das gut? Leute. Mann. Jetzt glaub ich hab meine Thumbnail für dieses Video. Das war richtig gut. Ich bin voll stolz auf mich. Nur der Block wurde nicht so gut, den er meinen sollte. Wall. Hill. Hm, was könnte das sein? Das schaut irgendwie aus wie so ein Dorn. So eine Spitze. Horn. Horni. Hm. Horn. Horn. Hornisse. Horn, was könnte das sein? Irgendwie so ein Fliegen, so eine Fliege? Vielleicht eine Fliege, nee, das ist nicht. Horn. Ah, komm. Tornado. Scheiße. Butter, meiner, ist dran. Oh, ich hab nur noch sechs Punkte. Ich lieg auf Platz drei, glaub ich mal. Water. Ich hab's. Nein. Oh, shit. Jetzt hat er dieses Waterfall. Hm. Was kann das denn sein? Hm. Oh, geil. Keine Ahnung. Foto. Chop-Poom. Ah, Chestplate. Mann, wär's halt Wasserfall gewesen. Das war doch völlig guter Einfall von mir. Die können alle nicht zeichnen. Shining. Hoffentlich hat's auch uns einen Grund, warum er das jetzt gelb macht. Poké... Poké... Warte. Nein. Pokéball ist es nicht. Ähm. Ja. Was könnte das sein? Shop. Elements. 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 Ich hab's sofort hier angeschrieben. Vier Elemente. Wasser. Feuer. Äh. Erde. Luft. Äh. Erde. Luft. Wenn da schon zwei, das erraten wir noch. Ach so, es hat gelaggt. Ja. Ja, wieso lagts bei mir? Ach. Ist doch ein Scheiß. Ich kann mir ja mal schreiben, ob der Sound irgendwie anders ist. Ähm. Ball. Head. Sk- Skull. Hm. Shit. Äh. White. Ha. Ich bin so schlecht im Erraten. was ich habe. Ich musste kurz mein Headset ausschalten. Mit dem Mikro meine ich. Äh. wir kommen jetzt hier so läuft die erraten es nicht ne sehr schlecht für mich gezeichnet das ist eine richtig schlechte zeichnung hat überhaupt irgendwer erraten nee oder das war sehr schlecht geteilt das muss man schon sagen das gebe ich sogar zu ok pizza leg hammer mit ihr jetzt auf fünf buchstaben was hoars kommt das kann man nicht lesen ja leute ich war ein bisschen schlecht heute das hat sich gereimt und ich mich würde es freuen wenn ihr in die kommentare schreiben könnt ob es euch gefallen hat mal wieder und dann könnt ihr auch das video mit mag ich bewerten also eine positive bewerbung da lassen dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten video wieder macht's gut